Du duh du 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 pst! Wonden wir schon mal anmachen? Ja auch ne andere Lissi moderier mal an! Moment. Moment, Moment. So st summit dich! Weißt du warum du das machen musst? Weil du so schön dabei in der Facecam herumhampelst. khaha Ja das ist richtig Juhu und willkommen zu einem neuen Projekt Nämlich dem epischen Battle in STT 2 psss Ja, also es geht gleich los und es sind noch nicht alle Fragen geklärt, aber es ist scheißegal, das Spiel geht gleich los. Wir sind Team Pink mit dem lieben Höschen und dem lieben Lissileinchen. Und wir heißen TooFab, TooFab, so ist. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren kurz, ja sorry, du darfst nicht reden und ihr findet übrigens in der Beschreibung dann auch die Erklärung davon, also wie das gespielt wird und so, oh Gott, es geht gleich los. Erstmal hier Rüstung holen, oder? Ja, genau. Ich hab bei gar nichts gerade, ne? Rennt einfach schon mal in die Mitte, rennt in die Mitte. Ey, warte mal, bekommt man keine Rüstung und sowas? Ich hab mein Essen, wenn man gestorben ist, das hab ich auch gemacht. Ja, ich hab nur noch zwei Hunger, ich kann nicht mal rennen. Das ist geschissen. Du hörst nicht zu, oder? Nein, ich glaube nicht. Du hättest dir was zu essen holen sollen. Also, na gut, ich hör nicht zu, das ist wichtig. Okay, ich hab Sachen. Ich hab schon mal einen Tee ab, noch? Ich hab schon mal einen Tee ab, noch? Ich seh keine Kisten, oh Gott. Das war ein Tee ab. Okay, okay, okay. Ich hab eine. Ich geh jetzt mal hier hoch einfach. Eisenschwert! Okay, okay, okay. Ich, äh... Versuchen mal hier keinen zu natzen. Vielleicht kann ich... Ah ne, wobei das bringt eigentlich gar nicht. Das ist jemanden zu killen schonmal, oder? Nee, gar nicht. Komm mal da oben mal an die Kiste. Warte, ich probier mal eben da hinzukommen. Welche Kiste? Weil's ja noch keiner hat. Die hier. Oh, hier unten ist eine Kiste draußen. Hier komm ich ja gar nicht hoch. Lepers, Slimeblocks, Spawnblaze, also... Oh Gott, hey. Alter, wo sind denn bei euch die ganzen Kisten, Alter? Ich spring grad oben rum und guck mal, ob ich hier was find. Wer? Irgendwer... Sönke? Ich hab... Sönke ist... Eine Rocksoriana. Okay. Oh, what? Wie viel lebe? Wie wenig... Leckt mir am... Dings, ne? Okay, dann lass uns schon mal ein bisschen entfernen. Ich würd so langsam... Ja, ich latsch dem einfach hinterher. Weil so krass viel Zeug ist hier scheinbar auch nicht. Alles klar, Leute. Das ist vor allen Dingen nix nützliches irgendwie. Lepers, oh, was willst du denn damit, ey? Ja, ich hab auch einen Shred gekriegt, also ich bin zufrieden. Äh, mit Lepers kannst du auch verzaubern. Ja, und so ein Blaze-Spawner ist natürlich auch ganz geil. Ach stimmt, wir sind ja in der 1.8. Ja, mal ganz kurz ne ganz, ganz dumme Question. Wo seid ihr denn hin? Ähm, wir sind hier nach hinten gerannt. Nach hinten, ach, das ist aber... Nach hinten ist, äh, ja, sehr eindeutig. Warte, 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 warte. Ja, bei uns, bei uns fällt bei Pink vorbei, oder? Ähm, ne, ich glaub nicht. Also das ist so diagonal, ich glaube. Minus 283, äh, 64 sind wir. Ja, oder so. Oh mein Gott, das ist ja heute hier koordinatentechnisch. Du hast minus 200... 83... 66... 86... Ich weiß nicht, soll ich die Tiere mit dem Eisenschwert töten, oder ist das ne Verschwendung? Äh, würd ich schon sagen, wenn du eins hast. Ich mein, sonst müssen wir's mit der Eisenspitzhacke machen. Die hat auch ein Eisenschwert, oder? Ja, hat er. Sollen wir zu zweit drauf gehen? Oh, da ist Schnee da fallen lassen. Ich hab'n Helm! Warte mal, seid ihr noch in der Area drin, ne? Sicherheitshelm, doch, wir sind noch hier drin. Warte, ich krieg' ihn vielleicht. Ah, guck mal da rein. Ja! Hast du ihn gekillt? Awesome. Ja! First Blood! Wieso ist das Schwert nicht hier? Ähm, weil da... Werden die Sachen nicht fallen gelassen und sind dann weg? Oder so? Stimmt, dann können die Leute sich gar nicht overkippen. Das ist ja voll ass, ja. Oh mein Gott, hier hinten sind noch voll viele Kisten. Achso, das sind die Starterkisten von... Ja, das sind die Starterkisten. Tim Roth? Warum hat Tim Roth seine Blöcke nicht mitgenommen? Hä? Der bringt das doch gar nicht. Wollen wir die mitnehmen? Ich wollt grad sagen, können wir die jetzt nicht einfach mitnehmen? Was denn? Die Blöcke. Die Starterkisten? Achso. Die Blöcke von denen. Hä? Aber ist das nicht ein bisschen assi, das einfach mitzunehmen? So, und jetzt einfach wieder hinsetzen. Weiß ich nicht. Ne, warte. Hey, nein, das kann man doch nicht bringen. Hey, klar, wir sollen die doch einfach mitnehmen. Nein, das geht gar nicht. Warum nicht? Das ist voll assi, das... Egal, komm mit, komm mit. Verschwinde. Okay, warte, ich kann nicht mehr rennen. Haha, scheiße. Alter, hast du nicht die Appel gegessen? Ja, aber was bringt denn das? Die können ihre Sachen... Doch, ich hab noch zwei. Wir müssen die wieder hinsetzen. Das ist voll assi. Das geht gar nicht. Hä, die haben sie nicht mitgenommen. Pech für die, hallo? Ja, nein. Haben wir jetzt aber dann zwei Schätze, oder was? Aber das ist unfair. Die können doch jetzt gar nichts mehr machen. Halt zu unseren Schatz bitte in der Mitte lassen. Ja, aber jetzt könnten wir die ja theoretisch bei dem platzieren. Hä? Ja, eigentlich schon. Siehst du, du musst den da lassen, das geht nicht. So ein Quatsch. Das ist ja wohl assi. Sowas kann man ja nicht... Das ist nicht assi, das ist einfach nur nicht nachgedacht. Nee. Ja klar, hallo, es geht darum, die Blöcke wegzumachen und woanders zu pläsen. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle mit Eisen und Kohle. Ich würde sagen, solange es hell ist, sofort los, los, los. Aber lass uns doch auf jeden Fall ein bisschen... Perfekt, dass ich euch schon wieder verloren habe. Ja, ich bin schon am Kohle, Min. Okay, das ist super. Gut. Ich versuche noch hier ein bisschen Tiere mitzunehmen. Was liegt hier bitte rum? Bringen Hasen auch Fleisch? Sind wir schon aus der Mitte raus jetzt? Ja, 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 ja. Das ist auch Fleisch. Ja, genau. Also einfach alles umbringen, was sich bewegt. Außer uns. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz nice. Oh mein Gott, hier ist so viel Eisen. Ich nehme das alles mit. Ihr könnt ja ansonsten schon mal so Öfen bauen und so ein Gedön. Das dürfte eigentlich ganz gut sein. Ich habe lustigerweise nur Kohle und kein Cobblestone, aber... Also ich habe schon mal einen Diablock. Hey! What's going on? Wir können uns eine Diashaufel machen. Wow! Meinst du einen Diamanten oder einen Block? Einen Diablock. Einen ganzen Block? Das sind dann neun Diamanten. Da können wir alles mögliche draus machen. Neun Diamanten? Achso, nein. Ich meine diesen normalen Block, den Rohblock quasi. Achso. Ach so ein Erz. Ich wollte gerade sagen, der Block wäre ja jetzt nicht schlecht, ne? Ja, das wäre schon sehr heftig. Und ich hab cool. Das ist auch ganz gut. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Hier unten in der Höhle. Ja. Ich komme gleich wieder raus. Wo ist denn die Höhle? Das große Loch. Habt ihr eigentlich schon ein Level oder so? Cool. Ah doch, ja, ich sehe euer Name. Okay. Ich mache mal gerade... Habt ihr schon Stein? Ja, ich habe 13 Steine. Dann könnt ihr mir vielleicht eine Steinachs gerade machen, weil dann gehe ich schon mal ein bisschen Holz hacken. Ich habe kein Holz. Aber ich kann dir drei Steine geben, warte. Ja, ja, das wäre super. Holz hacken. Mach mir mal kurz so ein total erotisches Steinschwert. Braucht noch jemand eins? Ja, bitte. Ich habe ein Eisenschwert. Okay, ich mache dir auch mal eins mit. Ich mache mir auch gleich ein Eisenschwert, wenn du mir einen Ofen machst. Ja, bitte schon. Aber ich kann mir selber einen Ofen machen. Ach, bin ich dumm? Ich habe mir... Ich mache eben Ofen. Ich habe mir eine Steinachs gemacht. Du bist der Obershit. Du bist der Obershit. Ich brauche nochmal drei, bitte. Da sind welche. Vielleicht sollten wir uns hier nicht niederlassen. Ja, aber hier ist ja kein PvP. Kannst du mir nochmal drei geben eben? Wir haben ja noch gar keinen PvP. Äh, Steine, ich habe keine mehr. Entschuldigung. Aber ich kann dir welche besorgen, warte. Warte kurz. Butler James ist auf dem Weg. Moment mal, soll ich mal... Ich gehe mal hier gerade rum und suche ein bisschen Essen und so, ne? Ja, vielleicht findest du auch Bambus oder sowas. Habe ich gefunden. Ja, das ist geil. Und Gravel immer mitnehmen. Weil wir brauchen ein Feuerzeug. Okay, ist ja gut. Lissi würde töten für ein Feuerzeug. Ja, wirklich. Ich gehe richtig ab auf Feuerzeug. Okay, und wir müssen uns unbedingt Essen machen. Also das ist vielleicht erstmal wichtiger als Eisen. Weil hier können auch jedes Mal Leute vorbeikommen und uns das einfach wegnehmen. Das wäre natürlich nicht so geil. Darf man denn... Ich bleibe mal hierbei. Okay. Ich weiß, wo Team Rot ist gerade. So ganz grob gesagt. Okay. Wenn es dunkel wird, ne? Ja. Ganz blöde Frage. Was machen wir? Hier ist noch so eine Höhle, ne? Der Schatz wurde entfernt. What? Ich blick noch nicht so ganz durch. Das ist Team Rot. Das ist da, wo ich den Schatz weggebaut habe und dann wieder hingeplant habe. Weil ihr gesagt habt, ich soll ihn wieder hin machen. Und die haben jetzt gerade erst mitgenommen. Weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Hat noch jemand Essen, dann einfach in den Ofen schmeißen und Eisen raus. Ah ja, habe ich. Okay. Ich bin gerade in so einen neuen Höhlen hier drin. Ich glaube, wir sollten auch unter Tage gehen, wenn es hier dunkel wird. Ja, lass uns die Sachen einfach mal kurz mitnehmen und dann ist gut, weil ich habe jetzt auch genug Gedöns hier mit Holz und sowas. Ja, okay. Lass uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen... Oh, das ist ein Creeper. Lass uns am besten einfach mal ein bisschen Fackeln machen und so ein Gedöns. Ich habe kein Holz, sonst würde ich welche machen. Ich habe nämlich genug Kohle. Ach so. Ja, ich habe Holz für dich. Warte. Ja, okay Leute, ich komme mal zu euch wieder. Ja, Achtung hinter dir ist noch ein Creeper, ne? Ja, ich weiß. Ein Creeper, Creeper, ein Creeper kam herbei. Okay. So. Cute, cute. Ähm. Hier, nimm mal ein paar Fackeln. Okay, danke. Äh, ist hier oben das? Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, glaube ich nicht. Also, die geht einmal wieder hoch. Ach und ich habe eine Angel. Wir haben gewonnen. Yeah. Also hier, ey Jungs, Mädels, hier wo ich gerade bin, da haben wir dick Höhlen und sowas. Wollt ihr, ich bin, ähm, ich bin quasi gleich wieder bei euch, aber ich brauche erstmal Essen. Ähm. Haben wir davon. Okay. Oh, Hauptsache 10.000 Creeper, aber die müssen wir eigentlich gar nicht kaputt machen, also TNT ist jetzt nicht so sehr wichtig. Ne, glaube ich auch nicht. Wollt ihr mir Essen geben gleich jetzt mal? Wo bist du denn hin? Ja. Äh, wo hast du denn die Höhlen? Lass uns da bitte reingehen. Ja, kommt mal mit. Die sind einfach hier direkt unter uns, sind zwei oder eine und dann da bei diesem Sand gedöhnt ist das eine. Ja, ich auch nicht. Hier unten ist einer. Hier ist einer. Ah, wenn ihr hier rein... Okay, da geht's auch. Ah, hier ist noch was, oder? Nö. Einfach drehen. Okay. Ich laufe einfach mal hinterher. Wir könnten noch welche von den Spinnen mitnehmen. Ich brauche ungefähr jetzt Essen, ne, weil ich habe noch einen Hungerbalken. Wo willst du? Wo bist du denn? In der Höhle rein. Welcher? Sind das schon verkehrt? Ah ja, okay, warte. Ich kann dir wohl gerade nur Ruhe Sachen geben. Hast du sonst sowas rumgedacht? Ich hab, äh, ja, ich hab, also ich hab noch Hunger und deswegen kann ich... Wo bist du denn? Hier. Nimm das Hühnchen. Oh. Dankeschön. Ich hab aber jetzt auch gleich nichts mehr zu essen, also... Ja, ich hab noch... Ja, dann lass uns den Ofen einfach mal kurz... Hä, das ist ja gar kein wichtiger. Ja, genau, plant den mal. Egal, aber das reicht als Base, um sich nach unten zu bauen. Hier, pack mal einer das Essen da rein, was er hat. Okay, warte. Ja, mach ich einen Moment. Ich hab ein Spawn Blaze-Ei übrigens, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Sexy. Was sind das denn für ein Stein? Das ist so ein Special-Stan, das ist der Ans A. Achtung, Zombies, 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 Zombies. Wollen wir das denn erstmal ein bisschen zu bauen, dass die uns das ganze nerven? Bär ne Idee. Oh, hier ist Gravel, weil du meintest wegen... Ja, Gravel ist super, also das muss jeder ein Fall mitnehmen. Ich find das nur verwirrend, dass dieser eine Stein fast genauso aussieht wie Gravel. Ja, das ist doch richtig. Das ist ein bisschen heftig. Ach so, hat irgendjemand... Ich kann mir selber eine machen. Schaufel? Ja, ja, genau, dann kann ich mir den Gravel abbauen. Okay. Ich hab noch 10 Eisen. Ich würde sagen, wir machen am besten verschiedene Gänge. Also, wenn wir eine Höhle gefunden haben, könnten wir dann in verschiedene Gänge gehen, damit wir es den anderen auch schwerer machen, die ganzen Sachen zu verwenden. Ich hab 5 Eisenbarren. Soll ich Schwerter machen, 2 schonmal? Ist jetzt die Frage, ob wir jetzt die Schwerter verzaubern wollen, also die Eisenschwerter, oder ob wir uns DIA-Schwerter machen wollen. Ich glaub, DIA wäre früher oder später besser, oder? Ja. Also, ich mein, es macht nicht so krassen Unterschied. Also, bei Rüstung macht's größeren Unterschied, als jetzt bei Schwertern. Also, können wir es auch erstmal so machen. Also, mach erstmal die Eisenschwerter. Du wirst dich freuen, ich hab deinen Flint. Yes! Dementsprechend. Gewonnen! Obwohl wir grad mal hier so einen Moment der... Oh, warte, ich hab auch Flint! Yeah! Ach, lol. Na toll. Ich baue einfach mit dem DIA-Block hier ab. So, lalala, Rachel. Ich baue mal hier neben dir einfach noch ein bisschen runter, ne? Okay. Ja, gut. Ich komm gleich nochmal hoch, um mir ein bisschen Essen zu holen und so ein Gedöns. Oder Hose kommen uns gleich entgegen. Beziehungsweise, ich hab Essen dabei, ich kann dir was geben. Ah ja, das wär auch ganz gut. Jaja, weil ich hab jetzt noch einen Apfel, ich musste die restlichen auffressen, weil ich so eine verfressene Sau bin. Deswegen ist es jetzt ein bisschen kacke. Aber ansonsten können wir einfach ein bisschen Bäume abfällen und dann finden wir früher oder später auch wieder was davon. Dann ist das wieder im Ofen. Ich bleib mal hier oben in der Nähe von dem Ofen, damit keiner uns einfach den Ofen leerräumt oder so. Okay. Ja. Ich hab hier grad ne Höhle gefunden. Yay! Okay, warte. Dann komm ich gleich mal zu dir rüber. Aber erstmal hab ich mich gefliehen! Ja, erstmal muss ich nochmal kurz hochgehen, weil ich hab noch 10 Eisen im Inventar stecken. Ah ja, ich hab noch mehr Eisen. Ja, warte, aber dann nimm eins mit. Weil ich hab noch... You will take your Eisen with me. Ja. So, warte mal. Diese... Das Krabber hat mich fast getötet. Diese Aufbaufase, ne, die dauert doch jetzt ne Stunde, glaub ich, oder so. Also, nur für meine Zuschauer, die ja den ersten Teil des Projekts nicht kennen. Dann könnt ihr einfach bei Lissi vorbeischauen und euch alle Parts angucken. Steht übrigens in der Videobeschreibung. Okay. Ja, aber ich finde ihr seid schon bei mir vorbeischauen, weil ich hab länger gelebt als Lissi, also deswegen passt das schon. Hör mal! Oh, ne, jetzt erst recht nicht, weil du gespoilert hast. Vielleicht. Echt mal. Alles kaputt gemacht. Ja, das ist ja der Punkt. Vielleicht hab ich länger gelebt als Lissi, vielleicht auch nicht, ne? Du hast ja jetzt schon gespoilert, also von daher. Naja, aber das weiß ich nicht, ob ich die Wahrheit gesagt hab, ne? Das ist immer so, weißt du, so ein bisschen tricky unterwegs zu sein und immer Sachen zu sagen, die vielleicht stimmen, vielleicht auch nicht. Das macht die Sachen spannender. Das ist gerade die Sache, oder? Gut ausgeredet, oder? Ne, jetzt hier, wir haben trotzdem echt verdammt wenig Essen, da wollte ich mal kurz anmerken. Ja, gut, aber das dürfte eigentlich nicht so ein heftiges Problem sein. Ne, ne. Also wir müssen einfach so gleich nochmal an die Oberfläche gehen, dann holen wir uns vielleicht noch ein bisschen Holz. Ja, sobald es halt Tag wird. Soll ich dann oben bleiben und ein bisschen drauf aufpassen, auf den Ofen? Dann bauen wir uns hier in der Höhe. Hast du zwei Eisenschwetter gemacht eigentlich? Nein, hab ich nicht. Soll ich? Ja, dann ich mach jetzt nur eins. Ja, mach ruhig. Soll ich dir auch eins machen? Ne, mach du dir eins, ich mach mir auch eins. Okay, ich geb dir mal hier die vier Eisen. Ich brauch die jetzt eigentlich nicht. So, ich guck jetzt mal grad auf welcher Höhe ich bin. Geh ich mal noch weiter in die Tiefe. Und mach mal das mal ein Fett, ne? Ähm, ja. Was bringen eigentlich, äh, bringen Schneebälle irgendwas? Äh, ja, du kannst Leute damit wegkicken. Bring mega viel. Okay, sie bringen also nix. Aber wir können einen Eisblock draus machen, der sieht schön aus. Hey Lolissi, warum gehst, warum brauchst du dich hier weiter runter? Ähm, weil ich gleich Strip malen will. Uh, okay. Ähm, hast du noch ne Spitzhacke dabei vielleicht? So ne Steinspitzhacke, weil ich will jetzt nicht die Eisenspitzhacke, äh, verspenden. Nope, ich hab gar nichts dabei. Ich hab noch mal ne Eisenspitzhacke dabei, mit der ich jetzt durch die Höhle laufen werde. Und mal nach, äh, Items, äh. Ähm, hast du denn genug Holz vielleicht? Ah, ich hab ne Workbench, okay, passt schon. Auch noch Holz zur Not. Kann man, ihr kann euch was in euren Schacht runterwerfen da? Schacht. Das sieht aus wie ein Schacht hier, mitten in der Mitte einfach nach unten. Das wär richtig stylig gewesen, wo man sich so runterfallen lassen kann. Kohle. Yeah. Leute, ich hab ne einzelne Blume gerade hier in der Höhe gefunden. Das sieht irgendwie echt nass hin. Das bringt Glück. Wollen wir hier ein paar Blöcke ab, weil ich glaub Blöcke werden wir früher oder später eh brauchen. Ja, ja. So, Kohle, endlich. Ja, ich hab auch Tonnen Kohle gerade. Oh, draußen ist dann immer noch Nacht. Haben wir euch auch so einen Countdown, die dann alle fast 15 Minuten, ne, haben wir nicht, ne? Wohl über den Chat schreibt. Doch, nein, schon, ich hab doch gefragt. Achso, stimmt, genau. Oh, ich bin heute auch erst heute, also. Ja, ich war gestern auf dem Fasching. Tut mir leid, ich bin noch nicht mehr ganz auf der Höhe wahrscheinlich. Auf dem Fasching? Ja, auf jeden Fall auf dem Fasching, hallo. Auf dem Fasching drauf. Ja, ich war auf dem Fasching drauf. Finde ich so der. Ne, ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben. Na, Fasching ist schon richtig geil. Ah, ne. Ne, ne. Also, sonst feiern find ich ja ganz nice, aber ich muss jetzt nicht unbedingt die Karnevalsmusik immer tragen. Es gibt ganz gute Karnevalsmusik, aber die spielen meistens nur die scheiß Karnevalsmusik. Je nachdem, was für Musik man halt so ein bisschen steht. Ich feier ganz gerne, ohne mich zum Affen zu machen dabei, aber für Karnevals... Doch, Affen machen, Affen machen ist eigentlich immer geil. Also, ich mach mich sowieso oft genug zum Affen und... Ja, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht magst. Ich brauch keinen Karneval, um mich zum Affen zu machen. Also, das ist... Das stimmt. Okay. Irgendwas soll ich aber gleich eigentlich auf einer ganz kurzen Höhe, wie ich das sehe. Alter, ich glaube, ich kann hier richtig krass nach unten gehen und... Ja, ich weiß nicht, ob das so geil ist, ich alleine in der Hülle rumschlagenzeln, ne? Aber gut, egal. Let's... Oh shit, Creeper! Also, so wie ich es verstanden habe, wenn wir sterben, was passiert mit den Items, die wir im Inventar haben? Nix, ne? Äh, ne, die können wir dann auch holen. Wenn uns sich jemand anders tötet und alles mitnimmt. Ja, genau, das meine ich. Okay, gut. Das ist eigentlich ganz normal. Weil ansonsten kommen wir ja einfach nur wieder beim Spawn raus und haben dann, äh... Plötzlich dieses Starter-Kit. Ich dachte gerade, es wäre jemand gestorben, weil sonst immer das Sterbe... Und jetzt mal eine ganz, jetzt mal eine ganz, ganz dumme Frage. Ja. Ihr habt ja auch keine Eisenrüstung seit dem Start, ne? Ne. Warum hat man sich nicht einfach kurz töten lassen, dass man eine Eisenrüstung direkt hat? Da muss man sich keine... Ja, ja, die haben ja gesagt, man soll das nicht machen bei der Eisenrüstung. Weil man nur diese blöde Eisenrüstung kriegt, so diese Fein-Rip-Version von Eisen, weißt du? Alles klar. Damit die Poren atmen können. Ja, das ist ja diese Kettenrüstung. Okay, Feuerzeug. Dann. Also ein Flint, ein Eisen? Ja, ja, hab ich. Okay. Alter, wie dumm, wie dumm. Oh mein Gott. Okay, wir müssen Pappen. Ah! Oh mein Gott! Schon? Hey, ab, ab. Also, das nächste Mal. Es geht spannend. Tschüss. Tschüss. So, okay.